Guten Abend. Heute darf ich einmal den Anfang machen, denn ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von Nadine, Martin und von der Panne im Wald. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Be it, don't dream it, be it science fiction, double feature. Wow, at the late night, double feature, picture show. Was ever happened to you Saturday night When you dressed up and you felt alright Don't seem to say the sounds cost me blind Come into my life, I thought I was a blind Opportunity, that's my song I really love that rock'n'roll Opportunity, that's my song I really love that rock'n'roll Don't you touch me, don't you touch me I wanna be happy Bring me, tell me, put me on me Reach around the night Don't you touch me He wants to be dirty Bring me, tell me, put me on me I'll make you a man Dig it It's a stop Time is retail I've got to keep control I remember doing the Time War Let's do the Time War again Let's do the Time War again It's just a jump to the left Jump to the left to the right With your hands on your hips It's just a jump to the right With your hands on your hips It's just a jump to the right With your hands on your hips Let's do the Time War again Let's do the Time War again Und als präsentiert Starmania Und hier ist Arabella Kiesbauer Let's do the Time War again Let's do the Time War again Guten Abend, herzlich willkommen bei, muss ich doch noch mal nachdenken, Stamania. Ja, das war die Rocky Horror Picture Show, das war die komplette Rocky Horror Picture Show. Nacherzählt in fünf Minuten, allerdings weniger gruselig, mehr sexy. Und das haben wir ja auch, muss man sagen, den Burschen zu verdanken. Mario, sag mal, du wirst dich erkälten, du solltest dir dringend was anziehen. Ja, und Tom, muss ich sagen, ich glaube, es gibt viele Mädels, die gerne mit den Stöckchen so gut laufen würden übers Parkett, wie du das gerade gemacht hast.